Mit Freuden ernten Erfahrungen in Lebenskrisen Von Beate und Winrichs Chefbuch Die heutige Erzählung trägt die Überschrift Eine Mutter ringt um ihre Kinder Beate Paulus In völlig ausweglosen Stunden Nie ohne Hoffnung Mit der großen Last von unbezahlten Rechnungen Stieg Beate Paulus 1826 die Treppe hoch Zur obersten Bühne des Pfarrhauses in Thalheim bei Tuttlingen Dann schloss sie die Falltür Kniete nieder und schrie zu Gott Ihr Mann hatte sie eben noch im Blick Auf die katastrophale finanzielle Not Auf verspottet Da lies und zahl jetzt mit deinem Glauben Der Amtsbote hatte an einem Tag Drei große Rechnungen Für das Studium der Söhne gebracht Studiengebühren, Kostgelder Und andere Ausgaben Aus Tübingen, Nürtingen und Stuttgart Erregt schrie der Pfarrer auf seine Frau ein Ich hab kein Geld Woher soll ich es nehmen? So geht's, wenn man ins Blaue auf Gott hineinhaust Jetzt bringst du auch mich mit deinen Eigensinn in Spott und Schande Karl Friedrich Paulus war Pfarrer, aber ganz der Mode der Zeit entsprechend durch einen krassen Vernunftglauben geprägt Danach durfte bloß gelten, was man mit seinem kritischen Denken nachvollziehen und auch sonst in der Natur für möglich halten konnte Jesus Christus war ihm Vorbild, Lehrer, aber kein Versöhner und Heiland So hatte er durch seine wissenschaftlichen Studien den Magistertitel erhalten Jetzt aber in der Ehe, unter dem Einfluss seiner Frau, öffnete er sich mehr und mehr dem Wirken des lebendigen Gottes Was ihm da aber mit den unbezahlten Rechnungen zumutete, das überstieg alles bisherige Die wirtschaftlichen Nöte standen auf dem Höhepunkt Beate Paulus, seine 1778 geborene Ehefrau, war eine Tochter des berühmten Mathematikers und technischen Erfinders Philipp Matthäus Hahn in Echterdingen Ihr Großvater war der originelle Pfarrer Flattig in Münchingen Zwölf Kinder hat sie geboren, von denen drei schon im Kindesalter gestorben sind Das war nicht leicht bei der schlechten wirtschaftlichen Versorgung, die besonders in einem Pfarrhaus oft genug ganz kritisch und hoffnungslos war Damals bestanden die Einkünfte meist aus Naturalien, also aus landwirtschaftlichen Gütern Die mussten aber erst noch erwirtschaftet werden Doch gerade da erlebte Beate Paulus, wie Gott immer wieder ihre Gebete erhörte Als Mutter hatte sich Beate Paulus in den Kopf gesetzt, unbedingt ihren Söhnen das akademische Studium zu ermöglichen Wegen der großen Armut in der kinderreichen Pfarrfamilie war an eine solche höhere Ausbildung nicht zu denken Alle rieten, sie solle sie doch ein Handwerk lernen lassen Beate Paulus aber rechnete mit Gott, der spricht Mein ist Silber und Gold Das erlebte sie auch an jenem Tag, als sie ihr Mann wegen der aufgelaufenen Schuld vom Kostgeld für das Studium ihrer Söhne verspottete Da, zahl jetzt mit deinem Glauben Die ganze Nacht über blieb sie betend auf dem Dachboden Erst am Morgen kommt sie voll Ruhe und Frieden im Gesicht herunter Kaum ist sie da, klopft es an der Tür Die Mark vom benachbarten Gasthaus steht da Der Herr Lindenwirt schickt mich und lässt die Frau Pfarrer bitten, zu ihm in die Linde hinaus zu kommen Beate Paulus läuft los und trifft den Wirt der Linde schon wartend Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe die ganze Nacht wegen ihnen nicht schlafen können Ich habe schon länger im Kasten, da etliche hundert Gulden liegen Da trieb es mich die ganze Nacht um, ich solle ihnen dieses Geld geben Sie haben es nötig Wegen der Rückzahlung brauchen sie sich nicht bekümmern, wie es ihnen recht ist Schon im Jahr 1824 hatte Beate Paulus in großer Not unglaubliche Gebetserhörungen erlebt Damals erschreckte sie ganz unerwartet ein Brief von der Kirchenbehörde Mit der Übernahme der Pfarrstelle von Thalheim war dem Stelleninhaber auferlegt worden Jährlich 120 Gulden von den landwirtschaftlichen Erträgen für ärmere Pfarrereien abzutreten Pfarrer Paulus aber hatte damals vor zehn Jahren gleich um Erlass dieser Zahlung nachgesucht Da er mit seiner kinderreichen Familie unmöglich mit dem Restgeld durchkommen konnte Jetzt aber wandte sich die Kirchenbehörde mit heftigen Vorwürfen an Pfarrer Paulus Er hätte ja nie diese Summe gezahlt Deshalb müsse er künftig die doppelte Summe von jährlich 240 Gulden abliefern Bis die ganze bisher aufgelaufene Schuld abgetragen sei Als dieser niederschmetternde Brief eintraf, gab es keine Hoffnung mehr, die Ausbildung der Kinder zu Ende zu führen Beate Paulus aber schrieb ratlos und verzweifelt nieder Nur eines hält mich noch, dass es Gottes Handlungsweise ist, es auf den höchsten Punkt kommen zu lassen, ehe er mit seiner Hilfe erscheint Zunächst wandte sie sich an den Oberrichter in Tuttlingen, der ihr aber auch nicht helfen konnte Vor lauter Sorge wurde sie krank, konnte nachts nicht mehr schlafen Bloß noch das Beten ließ sie nicht verzweifeln Pfarrer Paulus bat um Erlass und wies auf seine bedrängte finanzielle Lage mit den vielen Kindern hin Ganz überraschend erhielt er nach Monaten zur Antwort Dieses Jahr sei ihm alles erlassen und zusätzlich auch die Hälfte der Rest schuld Allein die Pfarrersfrau Beate Paulus war realistisch genug, um zu wissen, dass auch die reduzierte Summe unmöglich erwirtschaftet werden konnte Jetzt blieb nichts mehr für die Ausbildung der Kinder übrig Pfarrer Paulus sagte hart Gott lässt um meiner Frau willen kein Geld vom Himmel regnen Beate Paulus aber vertraute aufs Beten Sie schickte trotz der angespannten Finanzlage weitere Kinder in die Ausbildung nach auswärts Immer dramatischer wurde der finanzielle Engpass im Thalheimer Pfarrhaus Als dann noch ein Gewitter die ganze Ernte vernichtete, wandte sich Beate Paulus an den Verwalter der Pfarrgüter, ob nicht unter diesen Umständen ein weiterer Nachlass der Schuld erfolgen könne Der lehnte aber dies mit Blick auf die im letzten Jahr erfolgte Reduzierung der Schuld als völlig unmöglich ab Pfarrer Paulus weigerte sich ganz rigoros und endgültig nochmals an die Kirchenbehörde zu schreiben Jetzt ließ es Beate Paulus keine Ruhe mehr Sie schrieb an König Wilhelm von Württemberg Ohne ihren Mann zu informieren, schickte sie das Gnadengesuch ab Ganz überraschend schrieb der König auf dieses Bittgesuch Ich übernehme die ganze Schuld auf meine Privatkasse Die Nachricht sollte unverzüglich der Frau Pfarrer Paulus in Thalheim mitgeteilt werden So befahl es König Wilhelm I Die königliche Depesche kam mitten in der Nacht per Express im Oberamt Tuttlingen an Dem königlichen Eilvermerk entsprechend musste noch mitten in der Nacht der Postillon sein Pferd satteln und nach Thalheim hinüberreiten Der Morgen war noch nicht angebrochen, als er ins Dorf einritt Er holte trotz der frühen Stunden sein Horn heraus und blies laut sein Signal Dass überall die Leute aufwachten und aus dem Fenster schauten Dann hielt er am Pfarrhaus Neugierig eilte Beate Paulus vor die Tür und fragte, was er denn bringe Als sie den Brief aufriss, rollten ihr die Freudentränen herunter Für wahr, du bist ein verborgener Gott Dann lief sie zu ihrem Mann und erinnerte ihn an seinen Einwand Gott lasse kein Geld vom Himmel regnen Nun kannst du dich überzeugen, dass er, wenn er will, nicht nur Geld vom Himmel regnen, sondern sogar auch hageln lassen kann Unter diesem starken Einfluss seiner Frau wuchs selbst der rationalistisch denkende Pfarrer Karl Friedrich Paulus immer tiefer in dem lebendigen Glauben an Jesus Christus, der im Herzen wurzelt Ich war der Verzweiflung nahe, sagte Beate Paulus, als ihr Mann 1828 im Alter von 63 Jahren starb Alle menschliche Hoffnung war begraben Da war es völlige Nacht in meiner Seele Ich sah keinen Sternlein mehr am Himmel und kein Weglein mehr auf Erden Da richtete ich meine Augen empor zu dem, der bis hierher meine einzige Hilfe und Zuflucht war und bat ihn, nur einen einzigen Strahl seines ewigen Lichts in mein umnachtetes Herz zu senden damit ich nicht trostlos dastehen und in Verzagtheit versinken müsste In diesem Augenblick war es ihr, als ob ihr eine Stimme sagen würde Sei ruhig und bekümmere dich nicht Von nun an will Gott allein für deine Kinder und für dich sorgen Für diese neun Kinder hatte sie alles im Glauben gewagt um ihnen eine wissenschaftliche Ausbildung zu ermöglichen So war es für sie eine besondere Freude als ihre Söhne, der Arzt Fritz Paulus und der Apotheker Wilhelm Paulus sie zu sich nach Korntal holten Später zog sie dann zu ihrem Sohn Philipp Paulus der in Ludwigsburg eine Bildungsanstalt für verwahrloste Jugendliche eröffnete Ihr Sohn Christoph Paulus gehörte zu den maßgeblichen Gründern der Gemeinschaft des Deutschen Tempels in Palästina Im Januar 1842 ging Beate Paulus, geborene Hahn, heim und wurde in Konwestheim beerdigt Die Kananmels unter Chorlone vent Untertitelung des ZDF, 2020